Willkommen bei Hardgefucked. Der menschliche Penis ist echt ne Wunderwaffe. Wusstest du, was ein Penis alles kann? Alter, jeder weiß, was ein Penis kann. Bist du dir sicher? Erektion, Penis richtig messen, Kondom richtig überziehen, bla bla bla. Anleitungen sind was für Vollidioten. Bist du dir ganz sicher, dass du dir das nicht nochmal durchlesen möchtest? Hey, ich bin Profi und ich weiß, wie man ein Penis richtig einsetzt, okay? Okay, steck ihn rein. Und das war nicht mal das schlimmste Date diese Woche. Ihr kennt mit Sicherheit alle das Bad-Signal. Das ist das Signal, womit die Polizei in Gotham City Batman zur Hilfe ruft. Das erscheint dann am Himmel. Warte mal, die rufen nur Batman, das heißt, die wollen gar keine andere Hilfe und verlassen sich auf einen Scheißtypen im Lederanzug? Das klingt falsch, wenn du es so sagst. Commissioner Gordon, ich komme! Für Speiserdiensten! Was, was soll die Scheiße, Mann? Ich bin Fischboy! Ja, okay, aber da oben ist eine scheiß Fledermaus, okay? Das ist in den Strand näher! Ja, aber da ist kein Fisch und deswegen verpiss dich, okay? Heute ist ein sehr feuchter Tag, es sind viele Pfützen. Jetzt hau ab! Oh! 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 Hast du mitbekommen, dass so ein Typ eine Weile im Supermarkt gewohnt hat? Kann ich irgendwie nachvollziehen. Eigentlich ganz chillig, aber wahrscheinlich hat er doch nur die Milch gesucht. Äh? Jeff? Mark? Willst du auch Milch kaufen? Ja, ruf mich an, wenn du sie gefunden hast. Ja, du auch! Ruf mich an! Klar, ich hab ja deine Nummer. Peterina Laforzi, Bono Serra, kleine Pommes mit Mayo. Okay. So abholen oder so liefern? Ah, in gleicher Ort. Ja, alles klar. Halbe bist du allein für die Stunde. Ciao! Peterina Laforzi, Bono Serra, zwölf Pizza, Margherita. Okay. So abholen oder so liefern? Ah! So abholen, alles klar. Ja. Halbe bist du allein für die Stunde. Ciao! Peterina Laforzi, Bono Serra, Pizza Speziale. Aha. So abholen oder so liefern? Wohin? Okay, Jugoslawien. Halbe bist du allein für die Stunde. Ciao! Glaubt mir Leute, Geschlechtskrankheiten sind echt eine üble Nummer. Ja, aber man kann ganz einfach vorbeugen, einfach eine Lümmeltüte über den Schwanz ziehen und... Kondom. Ah, ja, ja, klar, klar, klar. Kondom. Außer ihr gehört zu diesen Kondombenutzern, die echt knauserig sind. Ja. Oh Mann, das war halt eine ziemlich teure Angelegenheit, wahr? Oh, die Kondompreise, die schießen echt in die Decke. Diese scheiß Inflation, das kann sich doch keiner mehr leisten. Ja, aber einmal geht das noch. Ja, klar, können wir das nochmal benutzen. So, 7.45 Uhr, Zeit für meine halbe Pille. Sehr gut. Gewusst wie? Okay, wir müssen auf einer Seite anfangen. Das war's für doch. Mach so eine Drehbewegung. Mach eine Drehbewegung. Junge, ich zahl das schon privat. Das ist doch... Ich will die Kohle zurückhaben. Einmal anziehen und wieder zurückschicken, man. Kennst du das Prinzip nicht? Jetzt mach was! Du hast gerade gehört, ich soll mich nicht bewegen. Okay, warte, wir ziehen's wieder an. Okay, und dann. Du wirst jetzt abnehmen in diesem Oberteil. Innerhalb von einer Woche mindestens 5 Kilo. Jetzt mach doch mal was! Du holt die Butter und spielst deine Arme mit Butter an. Warte, warte, warte. Warum soll die andere Seite besser funktionieren? Das ist meine bessere Seite. Na ja. 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 Oh, so weit waren wir noch nie. Jetzt. Deine Arme, warte. Warum schwitzt du so sehr? Oh Gott. Ja. Oh. Ich krieg Geld zurück. Der Tag ist gerettet. Boah.